Also ein Einbruch. Was willst du stillen? Warum wollt ihr wieder zuschlagen? Du weißt, wie hoch das Risiko ist. Pete, ich kenne Gefahren, aber dieses Mal ist es nötig. Ich brauche deine Leute ein letztes Mal. Was kann denn so wichtig sein, dass du so eine riskante Sache durchziehen willst? Du verstehst es nicht. Es geht um unsere Zukunft. Ich bin fertig. Das ist es also? Ja, der Plan ist durchdacht und elegant. Wenn sich alle daran halten, werden wir auch alle davon profitieren können. Alles, was ich jetzt brauche, ist dein Vertrauen. Dani, der Plan schaut schwierig aus, aber weißt du was? Du kannst auf mich zählen. Fluchtwagenfahrer. Keine übernehmen. Vier Leute, die reingehen. Gut, aber wer kümmert sich um die Alarmunlage? Die zwei besten Hacker, die wir kriegen kommen. Und zuletzt die gesamte Koordination auflegt Alex. Sehr gut. Aber wie gehen wir vor? Die Abläufe des Sicherheitspersonals werden schon seit Tagen von unseren Leuten beobachtet. Die Schwachstelle liegt beim Schichtwechsel. Sobald dies erfolgt, können wir über die Südwestseite des Gebäudes zuschlagen. Jetzt. Die Abläufe des Sicherheitspersonals Gemeinden. Die Abläufe des Sicherheitspersonals Wenn der Plan ist,utter geht. Auch das Wolfgang. Okay. 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 Raus jetzt. Jetzt keine Zeit mehr. Ich finde die Masse alleine. Wo ist das denn? Ja, ich stehe. Ich würde nicht. Okay. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020